Wie soll ich da reinpassen? Hi bei Luz, was geht? Willkommen auf meinem Kanal. Heute ein Video mit meiner Mama. Ich habe sie schon seit längerem versucht zu überreden, TikTok-Tänzer mit mir zu machen und insgesamt TikToks. Ja, was sagst du? Ach, das ist immer so schwer. Wie Tänze meinst du? Ja, klar. Ich kann das nicht. Wir probieren es jetzt einfach. Wenn ich eine gute Lehrerin habe, vielleicht. Aber ich glaube das nicht. Ich kann nicht so viel versprechen, Spaß. Nein, ich glaube an dich. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach an und machen es. Let's do it. Der erste Tanz. Ich zeig dir gleich einen Song. Oh Gott. Das müssen wir nicht lernen. Und dann kommt die nächste Person. Okay. So würde das ablaufen. Dann mach doch einfach mal irgendwas. Ja, aber ich dachte es wäre ganz cool, um da rein zu kommen. So ein bisschen uns beide aufzulockern. Okay. Weil wir haben ja noch viel zusammen gedacht. Okay. Das heißt, du machst zwei Moves und den zweiten mache ich nach. Aber ich dachte du nicht an. Ach so, okay. Noch besser. Okay, ich bin Gast. Okay. Okay. Oh Gott. Ich kenne keine Moves. Das wäre dann sehr spannend, weil wir leider nicht wissen, was jetzt kommt. Doch, ich schon. Good point. Erster Versuch. Okay. Okay. Du fängst an. Ach so. Aber wo, 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 wo. Okay. Tück, tück. Tück, tück. Und dann musst du. Tück, tück. Und irgendwo. Ja. Ah, okay. Das war gar nicht immer so schlecht. Aber verstehe, ich habe deinen ersten Move nicht erkannt. Das geht ja auch irgendwann einfach los. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Super. Vor allen Dingen machst du mir dann so einfach vor, dass ich überhaupt nicht kann. Da habe ich immer gesagt, das ist hier der Move, der gar nicht in mich rein geht. Was? Ah, hier diesen. Oh, 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 oh. Wir sind voll angestrengt hier so! Mir wird richtig warm. Hast du Bock jetzt mal einen TikTok-Tanz zu machen? Oh Gott! Du kennst doch den Macarena, oder? Ja warte mal. Ja, so, so. Warte mal. Da kommt ihr da zuerst. Ja, genau. Und dann gehen wir noch an die Hüfte. Und bis dahin machen wir den erstmal. Okay. Und zwar das hier. Also siehst du die Macarena? Und jetzt. Oh Gott! Okay. Den Macarena hast du eigentlich drauf, oder? Ja, eben langsam. Ja, wie so ein Pinguin. Okay. Insgesamt sind es fünfmal so. Ja, noch ein bisschen mehr Hüfte. Ja, sehr schön. Ach, das gucken. Und fertig. Und dann kommt noch so ein kleiner Teil, den wir uns dann ausdenken, was wir machen wollen. Okay. Ich muss mich irgendwie anders hinstellen. Ich komm mit meiner Hüfte sonst nicht rum. Wie willst du denn rum? Ja? Ja? Genau das ist es. Okay. Dann machen wir irgendwas cooles am Ende. Okay. 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 Das kann man probieren! Ja, die zwei ersten Tänze, die waren hier so ein bisschen unsere Aufwärmung. Oh Gott. Und jetzt kommt mein aktueller Lieblingstanz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Greifst hier so an deiner Schulter und ziehst ihn nach vorne. Ja? Okay. I'm a savage. Kraschen, rechts, links. Naturtalent. Ja, das ist jetzt ja doch nicht so schwer. So und dann soll ich mir da so. Ja. Schön. Oh Gott. Schau, schau, schau. Hast du den Arm ja schon da und dann knallst du den so nach hinten, als würdest du irgendwie wegstoßen. Oder dann hast du den gerutscht. Okay. Also das hast du jetzt schon gemerkt, jetzt kommt der schwerste Move. Ich habe auch sehr lange gebraucht und ich habe es noch nicht perfektioniert. Ich bin immer noch am Üben. Das nennt sich To throw it back. Ich kann das halt auch noch nicht. Prinzipiell machst du deinen Rücken so krumm. Genau. Das ist wie Rollstuhl fahren oder Skateboard fahren. Ja, so ne Art. Also ich gebe hier Gas. Okay, das? Nee. Nee, ist falsch. Ja. Was für nix? Das ist ja noch nicht zu Ende. Schreib mal in die Kommentare, ob du das kannst, so Backthrone oder insgesamt TikTok-Tänze kannst. Schreib es mal in die Kommentare, das würde mich voll interessieren, weil ich bin ziemlich obsessed und ich hoffe, wir machen mal danach auch. Würde mich auch interessieren. Ja? Ob es noch genau so viele gibt, die sich so dämlich anstecken. Schleimschweck. Bougie. Nasty. Oh, jetzt kommt der wieder. Nasty. Uff. Ja. Ja. I'm a savage. Das war gar nicht schlecht. 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 Pfff. Das ist nicht so TikTok Mama. Was? Noch eins? Machen wir keinen Tanz mehr, weil auf TikTok gibt's ja auch ganz viele andere Sachen, die nur Tänze. Und dafür müssen wir aber ins Bad gehen. Wir ziehen uns gleich ein Outfit an, wo du sagst, ja das bist genau du und ich zieh mir auch mit an das finde ich genau ich bin und was dir vielleicht auch passt ein bisschen ach du Schande auf jeden Fall diese Hose ein T-Shirt diese Sonnenbrille definitiv so eine größere Kette und übrigens der Globus hier den habe ich letzte Woche im Video mit Demi angemalt schau Demi wie soll ich da rein passen da pass ich nicht rein ist alles stretch beziehungsgeschäft und warte ich mache Pause die Brille raus machen jetzt als nächstes ich weiß ja dass du Verkleiden und Faschen und sowas auch richtig gerne mag du kennst bestimmt aus den ganzen Hollywood Filmen so Mark shots also so Polizeifilme wo werden die Leute so gefangen werden genommen werden und dann kriegen die so werden die kurz abgelichtet als man gerade irgendwie ein Verbrechen gemacht ach so du meinst hier diese wo man dann geradeaus ja oder einfach so genau genau die genau die und so was machen wir jetzt okay wir haben irgendwas ein gutes Verbrechen gemacht so für Verbrechen generell sind nicht gut das werde ich nicht unterstützen oder was aber ja nee aber was haben wir dann gemacht wir haben irgendwie irgendwas gestohlen also um für andere Leute so Klopapier das ist geil okay so jetzt sehen dass wir schnell unterwegs sind so schnell wie der Wind nach vorne gucken ja eins 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 Boah, das sieht geil aus, weil das so ein Spiegel dabei ist. Ich berf dir zu, ja? Und jetzt müssen wir uns so kurz schminken, so. Habe ich geweint? Wir gehen so ein bisschen... Bringen wir irgendwie noch aus der Familie von uns dazu, uns zu fotografieren? Wir brauchen dich, um Bilder von uns zu machen, kurz. Wenn du mehr Videos mit meiner Mama sehen willst, schreib es bitte in die Kommentare. Und sonst abonnier auf jeden Fall hier meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich verlinke jetzt hier noch mein letztes Tanzvideo. Mit dem hier habe ich nämlich TikTok-Tänze durch Berlin getanzt, also wolltest du nicht verpassen. Und hier die täglich wechselnde Punkt-Playlist. Habt noch einen rebellischen Tag. Ciao! Oh süß!